Es gibt über 100 Millionen Menschen, die jeden Tag im Mietwerk Marketing ihr Glück versuchen. Alle, alle sind am Beginn motiviert, inspiriert und suchen ein Ticket in die Freiheit. Die meisten davon haben eine große Herausforderung, eine Challenge. Sie wissen nicht, wie sie es schaffen sollen. Es fehlen an die Skills, weil sie in ihrer Firma nie gelernt haben, weil es in ihrer Firma keine Ausbildung gibt, wie sie es machen soll. Mal angenommen, es gibt dafür sofort eine Lösung. Ab sofort eine Lösung. Wäre das für dich interessant? Wäre es interessant zu wissen, wie man dieses Geschäft wirklich erfolgreich betreibt? Wissen, wie es die Besten machen? In wenigen Tagen ist es soweit. Dann startet die Network Marketing Akademie. Und diese Network Marketing Akademie ist die umfangreichste Ausbildung, die es jemals online gegeben hat für das Thema Network Marketing. Hier lernst du alle Prozesse kennen, die du brauchst, um dein Geschäft erfolgreich zu betreiben. Wie man Kunden gewinnt, wie man Geschäftspartner gewinnt, wie man Geschäftspartner einarbeitet, wie man Mitarbeiter führt und Ausbildung startet. Stell dir vor, du könntest all die Techniken, das Wissen, das Know-how, die Skills, der besten Network Marketing der Welt einsetzen, für dein Geschäft nutzen, weil du weißt, weil du von ihnen gelernt hast, wie das geht, weil du Skills übernehmen kannst, einfach für dich kopieren und in dein Geschäft involvieren. Was würde das für dein Geschäft bedeuten? Genau darum geht es in dieser Akademie. Also freue dich auf die nächsten Tage, bleib online, check, wann die Akademie online geht, wann sie startet, damit du diesen Start nicht verpasst und sofort all das Wissen, das Know-how vom ersten Tag an nützen kannst. Hier ist Halbsaridis, dein Network Marketing Mentor und Coach. Wir sehen und hören uns. Wir sehen uns.